Game Keys und Game Cards. MMOGA. Dein Gaming-Spezialist mit Kampfpreisen. Kommt und setzt euch. Eure Helme, nehmt sie ab. Eure Gesichter zu sehen, ich wünsche. Da gibt es nicht viel zu sehen, Sir. Wir unterscheiden uns kaum voneinander. In die Irre euch die Augen führen, in der Macht ganz verschieden jeder von euch ist. Rhys, immer fixiert auf den Feind, du bist. Um Erleuchtung zu erlangen, betrachte dich selbst und jene neben dir. Jack, besorgt um deine Waffen, du bist. Waffen gewinnen ein Gefecht nicht. Im Geiste mächtig du bist. Ausspielen die Droiden, du kannst. Fire. Stürze nicht zu eilig in den Kampf. Lange dauert der Krieg. Nur wer ihn überlebt, ihn gewinnen wird. Ja, hm. Klone, wie ihr sein mögt. Aber die Macht in allen Lebewesen wohnt. Nutzen ihr sie könnt, um den Geist zu besänftigen. Jo Leute, was geht bei euch und willkommen zum Star Wars Flash. Vor allem in der Serie The Cloners sieht man ja, dass Yoda die Klone sehr empathisch behandelt. Doch jenes war nicht von Anfang an so. Vor allem nicht in Legends. Yoda fand die Umstände, also wie die Jedi die Klone bekommen haben, nicht gut. Und er sagt auch Dinge wie, sie sind Waffen, die Befehle nicht moralisch hinterfragen, sondern einfach ausführen. Jetzt kämpfen sie noch für uns, doch wer weiß, was die Zukunft bringt. Yoda bemängelte, dass die Jedi in einen Krieg gezwungen wurden und zu Kriegsgenerälen wurden, in einem Krieg, der die Jedi wohl zerstören wird. Und so kam es dann auch. Yoda wollte Details herausfinden, was die Erschaffung der Klone betrifft und so weiter. Und herausfinden, wem die Klone wirklich gehorchten, also wo deren Loyalität wirklich war. Im Prinzip wollte er die Tatsachen über die Inhibitor-Chips herausfinden, ohne zu wissen, dass es eben solche gibt. Denn man muss sich das Ganze ja auch mal vorstellen. Obi-Wan geht nach Kamino, weil er einen Fall von dort hat. Und plötzlich heißt es, dass diese seltsame Kreuzung aus Giraffe und Voldemort Millionen Klone für sie geklont hat. Besorgniserregend fand Yoda auch, dass die Klone nur der Republik gegenüber loyal schienen, so wie die Jedi. Sie kämpften nicht füreinander oder sonstiges, sondern lediglich für die Republik. Und so konnten die Klone und die Jedi auch voneinander getrennt werden. Denn die Klonkrieger waren nun mal lediglich der Regierung loyal gegenüber und den Jedi halt nur, weil diese der Republik angehörten. Yoda hatte schon berechtigte Sorgen, denn das hieß ja, wer auch immer die Republik kontrolliert, kontrolliert somit die Klonkrieger. Ach was laber ich da, da kann ja gar nichts schieflaufen. Andere Jedi waren der Meinung, dass die Klone einzusetzen eine gute Sache sei. Denn solange die Jedi der Republik loyal gegenüber sind, solange sind die Klone ihnen auch loyal gegenüber. Super, ne? Jedenfalls in Dagobah hat Yoda es für sich bestätigt. Von Anfang an waren die Klone lediglich der Republik loyal gegenüber und sobald die Jedi sich gegen diese stellen würden, gab es dann halt ein bisschen Plasma in die Presse. Und deswegen mochte Yoda die Klonkrieger anfangs nicht, aber wie ihr in der anfänglichen Szene sehen konntet, freundete er sich immer mehr mit ihnen an, als er auch gesehen hat, dass diese nicht alle komplett gleich sind. Aber er war halt immer skeptisch und hat mehr darüber nachgedacht, als der 0815-Jährige, aka der Otto-Normal-Macht-Nutzer. Freunde, wenn ihr nicht den Otto-Normal-Preis beim Suchten zahlen wollt, dann gönnt euch den MMOGA-Link. Dort gibt es so ziemlich alles, mega stark reduziert, was Spiele und Spielwährungen betrifft. Außerdem misshandelt mal den Abo-Button vom neuen Kanal, checkt den ab, der ist jetzt im Abspann, sowie in der Beschreibung. Ein thematisch flexibler Comedy-Kanal, also nicht verpassen. Einschalten, reinhauen und hoffentlich bis zur nächsten Folge im Star Wars Flash. Jörg, jörg, jörg.